Desinfektion macht einen wesentlichen Teil der antiseptischen Arbeitsweise aus. Laut dem Deutschen Arzneibuch bedeutet Desinfektion, totes oder lebendes Material in einen Zustand versetzen, das es nicht mehr infizieren kann. Zur Desinfektion können chemische oder physikalische Verfahren eingesetzt werden. Es gibt verschiedene Listen mit geprüften Desinfektionsmitteln und Verfahren, in denen diese nach verschiedenen Einsatzbereichen aufgeführt sind. Hände-Desinfektion, Haut-Antiseptik, Flächen-Desinfektion, Instrumenten-Desinfektion, Wäsche-Desinfektion, Raum-Desinfektion und Desinfektion von Abfällen. Technisch unterscheidet man zwischen Desinfektion und Sterilisation. Von Desinfektion spricht man bei einer Keimreduktion in einem bestimmten Testverfahren mit bestimmten Prüfkörpern um einen Faktor von mindestens 10-5. Das heißt, dass von ursprünglich eine Million vermehrungsfähigen Keimen nicht mehr als 10 überleben. Bei der Sterilisation dürfen höchstens 10-6 KBE auf einer Einheit des Sterilisierguts enthalten sein. Damit ist gemeint, dass auf einer Million gleich behandelte Einheiten maximal eine KBE vorhanden ist. Die Sterilisation ist also wesentlich effektiver als die Desinfektion. Bei der Desinfektion der Hände unterscheidet man zwischen der sogenannten hygienischen und der chirurgischen. Händedesinfektion Desinfektionsmittel Wirkstoffe Wasserstoffperoxid ist als 3%ige wässrige Lösung zur Desinfektion von Haut und Schleimhaut geeignet, weil es nur Organismen an der Oberfläche tötet, im Gewebe hingegen durch Katalase, Peroxidase zersetzt wird. In höheren Konzentrationen wird es in Medizin, Pharmazie und Lebensmittelherstellung zur Sterilisation von Instrumenten und Behältern eingesetzt. Die Begasung von Räumen und Raumlufttechnischen Anlagen zu Dekontaminationszwecken mit H2O2 kann bei Erfüllung bestimmter Anforderungen eine wirksame Alternative zum Einsatz von Formaldehydgas darstellen. Sporezide Oxidationsmittel Wirkstoffkombinationen Sporezidi wird nach der On-Norm 13704 mit Sporen von Bacillus subtilis getestet. Damit ein Wirkstoff Desinfektionsmittel als Sporezid eingestuft werden kann, muss er eine 3-Lock-Reduktion bei Sporen hervorrufen. Ein Wirkstoff, der überhaupt Sporen keimenfähig machen kann, benötigt dafür eine Mindesteinwirkzeit, um die Panzern der Hülle der Spore zu durchdringen. Diese erforderliche Einwirkdauer ist dann ein Maß für seine Effizienz als Sporezid. Die in der Tabelle aufgeführten Sporezide Perissichsäure, Wasserstoffperoxid, Ozon und Natriumhypoklorid sind stark reagierende bzw. schnell zerfallende Oxidationsmittel. Sie müssen gegen Wärme und Licht geschützt aufbewahrt und chemisch stabilisiert werden, falls sie nicht gleich nach der Herstellung zur Desinfektion eingesetzt werden sollen. Wasserstoffperoxid bildet mit Perissichsäure und Essigsäure eine schnell-sporezide Mischung, die durch die Essigsäure stabilisiert wird. Solche Mischungen werden nur im professionellen Bereich Reinraumtechnik eingesetzt. Als Beimischung zu Alkoholen kann Wasserstoffperoxid deren Wirkung bei der Händedesinfektion verbessern. Testverfahren zur Prüfung von Flächendesinfektionsmitteln werden nach der europäischen Norm CENTC 216 WG1 und WG3-Testorganismen eingesetzt. In der Phase 2 Stufe 1 wird in einem quantitativen Suspensionsversuch zunächst im Reagenzglas unter praxisnahen Bedingungen geprüft. In der Phase 2 Stufe 2 wird die Wirksamkeit der Desinfektionsmittel im praxisnahen Versuch durchgeführt. Bekannte Desinfektionsmittel und ihre Wirkstoffe, AHD2000R, Hospicept-R und Hospicept-Tuch-R sind Markennamen von Desinfektionsmitteln zum Desinfizieren von Flächen. Alle Produkte sind Bakterizid, Fungizid, Tuberkulozid, Begrenzt-Virozid. Wirksame Bestandteile sind primär die beiden Alkohole 1-Propanol und 2-Propanol. Nutzer sind vor allem Krankenhäuser und pflegende Einrichtungen. Bei dem Markeninhaber handelt es sich um die Firma Lysiform Dr. Hans Rosemann GmbH. Sagrotan R ist der Markenname eines Desinfektionsmittels für Gegenstände und Flächen. Es wirkt Bakterizid, Fungizid und teilweise Virozid. Wirksame Bestandteile des Mittels sind heute 2-Propanol-Ethanol, Milchsäure, Wasserstoffperoxid, Benzalkoniumchlorid und Glyoxal. In früheren Rezepturen waren diverse Phenole enthalten. Jahrelang wurde es fast ausschließlich in Kliniken und Krankenhäusern verwendet, hat aber in der Zwischenzeit auch Eingang in die Haushalte gefunden. Diese Produkte wurden vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland bzw. werden heute noch zusätzlich in den USA unter dem Markennamen Lysol vertrieben, in Großbritannien unter dem Markennamen Dettol. Desdaman Airpure ist der Markenname eines Farbstoff- und parfümfreien alkoholischen Einreibepräparats zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Das Produkt zeichnet sich durch ein breites Wirkungsspektrum sowie durch eine sehr gute Hautverträglichkeit aus. Octenisept R ist ein wässriges und farbloses Wund- und Schleimhaut-Antiseptikum. Mit seiner Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze und Hefen, Protozoin und Viren bietet es ein breites antiseptisches Wirkungsspektrum bei einem schnellen Wirkungseintritt ab 30. Durch die gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit ermöglicht es eine schmerzfreie Anwendung und ist bereits für Säuglinge und Frühgeborene geeignet. Die wirksamen Bestandteile sind Octenitin, Dyrhydrochlorid und Phenoxyethanol. Gigasept R-Instrua F ist ein aldehydfreies, kombiniertes Desinfektions- und Reinigungspräparat für die manuelle Aufbereitung von Instrumenten aller Art. Das Produkt wirkt Fungizid, Bakterizid und begrenzt Virozid, zudem ist es zum Einsatz im Ultraschallbad geeignet. Thermosept R ist ein Markenname für Desinfektionsmittel, die in der Maschine zur Aufbereitung von Instrumenten und Endoskopen eingesetzt werden. Terralin AirProtect ist ein flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen aller Art in allen Bereichen mit Anspruch auf hygienische Sicherheit auf Basis einer Kombination aus aromatischen Alkoholen, Quaternären-Ammonium-Verbindungen, Amphoterin-Glucin-Derivaten und nicht-genischen Tensiden. Die mikrobiologische Wirksamkeit umfasst unter anderem TB, Neuro, Polyoma SV40 und begrenzt Virozid. US-3 in 1er ist der Markenname eines geruchsneutralisierenden und desinfizierenden Produkts. Desinfizierend wirksame Bestandteile sind Ethanol, Triglykol und eine Quartäre-Ammonium-Verbindung. Triglykol trocknet die Raumluft und minimiert Gerüche in der Luft. Hergestellt wird US-T von dem internationalen Konzern SC Johnson & M. Sun. CF-40 ist ein Desinfektionsmittel-Konzentrat für die Flächendesinfektion. Das CGH-MVA-H gelistete CF-Desinfektionsmittel ist auf der Basis Quaternäre-Ammonium-Verbindungen hergestellt. Es wirkt gegen Bakterien, Pilze, spezielle Viren HIV, HBV. Ein großer Vorteil des Desinfektionsmittels CF ist, dass es eine gute Materialverträglichkeit aufweist und auf Acrylglas-Verträglichkeit geprüft und zugelassen ist. Das Produkt CF wird oft als Desinfektionsmittel in Fitness-Centern und Sonnenstudios für die Desinfektion von Solarien und Fitnessgeräten eingesetzt. Diosol ist ein bakterizides, fungizides, viruzides und sporozides Desinfektionsmittel auf der Basis von Wasserstoffperoxid in Verbindung mit Silberionen. Die beiden Hauptwirkstoffe Silber und Wasserstoffperoxid potenzieren sich in ihrer Biozidenwirksamkeit. Was das Produkt wesentlich stärker als handelsübliches Wasserstoffperoxid macht, Sterilium oder Softamanecute sind Markennamen von Desinfektionsmitteln zum Einreiben der Haut. Beide Produkte sind Bakterizid, Fungizid, Tuberkulozid, Begrenzt Virozid. Wirksame Bestandteile des Mittels Sterilium sind 2-Propanol, 1-Propanol und mit Cetronium-Methylsulfat und bei Softamanecute zusätzlich zu Propanol und Ethanol noch weitere Wirkstoffe, werden hauptsächlich im professionellen Bereich eingesetzt. Beta-Dein oder Bt-Sodonaerlösung sowie Braunol-E sind Desinfektionsmittel, Antiseptika speziell für Haut und Schleimhäute. Sie wirken Bakterizid, Fungizid, Sporozid, Protozozid und Virozid. Beta-Dein ist ein häufig verwendetes Desinfektionsmittel zur Hautdesinfektion vor chirurgischen Eingriffen. Wirkstoff 10 mg IOD als Polyvidon IOD pro 1 ml Lösung sowie Hilfsstoffe. Secocept R Plus und Secocept R Aktiv sind Markennamen von Desinfektionsmitteln, die für die manuelle Instrumenten-Desinfektion genutzt werden. Secocept R Plus basiert auf dem Wirkstoff Glucopotamin und ist Bakterizid, Fungizid und Begrenzt Virozid. Secocept R Aktiv basiert auf dem Wirkstoff Perissichsäure und ist Bakterizid, Fungizid, Virozid und Sporozid. Nutzer sind vor allem Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte und zu pflegende Einrichtungen, Markeninhaber ist die Firma ICOLEP. Ein weiteres Markenprodukt desselben Herstellers ist Insidine R Plus, das zur Flächendesinfektion verwendet wird. Insidine R Plus basiert auf Glucopotamin und ist Bakterizid, Fungizid begrenzt, Virozid. Probleme beim Einsatz von Desinfektionsmitteln Resistenzen Desinfektionsmittel müssen professionell und strategisch verwendet werden. Eine gewohnheitsmäßige Anwendung im Haushalt ist dagegen eher nachteilig. Unsachgemäße Anwendung kann zu Resistenzen führen, wenn insbesondere Wirkstoffkonzentration und Einwirkzeit und damit der Keimreduktionsfaktor zu gering sind. Oft weisen gegen Desinfektionsmittel widerstandsfähige Bakterien auch eine erhöhte Antibiotika-Resistenz auf. Schädigung der Haut Gewohnheitsmäßige Anwendung von Desinfektionsmitteln zur Reinigung der Hände im Haushalt kann neben die Gesundheit bedrohenden Keimen gleichzeitig die Hautflora zerstören, welche zum Beispiel gegen Dermatosen schützt. Verwendet man stattdessen nur Seife-O-E, so wirken die enthaltenen Tenzeit weniger desinfizierend, als dass sie die Wasserlöslichkeit von Verschmutzungen erhöhen. Seife entfernt eher den zuletzt von außen eingetragenen Schmutz als die dauerhaft vorhandene und erhaltenswerte Hautflora. Angemessene Haut- bzw. Händedesinfektion in der Medizin schädigt die Hautflora dagegen nicht nachhaltig, nur eine relativ geringe Zahl der Hautflora-Mikroben wird getötet. Die lokal dezimierte Hautflora regeneriert sich bald. Die Kombination von übermäßigem Waschen mit Seife vor der Händedesinfektion und der Desinfektion selbst kann die Hautflora jedoch nachhaltig schädigen, da ein großer Teil der Hautflora im fettartigen Talg der Haarfollikel siedelt. Vor tensidfreien oder tensidarmen Desinfektionsmittel sind diese Mikroben geschützt. Die Desinfektion zerstört nur von den Haaren weiter entfernte Mikroben. Diese werden in den folgenden Stunden bzw. Tagen durch Ausbreitung der in den Haarfollikeln gebildeten Keime ersetzt. Übermäßiges Waschen der Hände mit Seife löst dagegen den schützenden Talg. Eine anschließende Händedesinfektion zerstört dann auch die Keime im Haarfollikel, aus denen sich die umliegende Hautflora sonst regenerieren würde. Auswirkungen auf die Umwelt Wenn Desinfektionsmittel bedenkenlos im Haushalt eingesetzt werden oder Reste davon nicht richtig entsorgt werden, gelangen sie in Flüsse oder Kläranlagen und stören dort das wichtige Zusammenspiel einer Vielzahl von Bakterienarten, wodurch die Reinigungswirkung herabgesetzt wird. Viele Desinfektionsmittel wirken zudem ökotoxisch auf Gewässer. Weitere Nebenwirkungen von Desinfektionsmitteln Manche Wirkstoffe von Desinfektionsmitteln können die menschliche Nase irritieren. Beispiele sind der Stechende-Geruch von Chlor oder der typische Phenol-Geruch, den Aromaten an sich haben. Bei allen Desinfektionsmitteln sollte man dem Etikett Beachtung schenken und auf die Gefahrensymbole achten. Viele dieser Mittel sind ätzend, reizen die Haut und oder Schleimhäute. Oder sie sind entflammbar oder sogar explosiv oder können in Mischung mit anderen Haushaltsreinigern giftiges Chlorgas freisetzen. Darüber hinaus sind manche Desinfektionsmittel humantoxisch oder karzinogen und manche können Allergien hervorrufen. Oxidierende Wirkstoffe wie Peroxide oder Halogene können bestimmte Metalle angreifen. Plasma-Desinfektion Die Plasma-Desinfektion ist eine marktreife Technologie zur Desinfektion mit kaltem Plasma. Kaltplasma mit niedriger Temperatur, also unter 100 Grad Celsius, tötet zeitsparend auch Antibiotika-resistente Erreger sogar durch die Kleidung ab. Es eignet sich zum Beispiel zur Desinfektion von Luft, Oberflächen, Gegenständen, zur Handdesinfektion, zur Behandlung von Schlechtteil in den chronischen Wunden und von Fußpilz. Desinfektion von Flüssigkeiten Die Desinfektion von Abwässern, Trinkwasser oder flüssigen Medien kann durch verschiedene Verfahren erfolgen. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen chemischen und physikalischen Verfahren zur Desinfektion. Desinfektion Besonders gebräuchliche chemische Verfahren basieren auf der Zugabe von Chlor, Chlordioxid, Wasserstoffperoxid, Dimethyldicarbonat, Silberionen oder Ozon. Gebräuchliche physikalische Verfahren basieren auf dem Erhitzen des Mediums oder der Bestrahlung mit UV-Licht. Neuartig ist die katalytische Entkeimung mit einem Vollmetallkatalysator in Gegenwart geringer Mengen Wasserstoffperoxid. Punkt. Desinfektion von Trinkwasser Außer dem 37 Desinfektionsschutzgesetzes fordert die Trinkwasserverordnung in 6 die Freiheit des Trinkwassers von Krankheitskeimen. Darüber hinaus sind die anerkannten Regeln der Technik, die in der DIN-Vorschrift 1988 und in DVG-W-Vorschriften festgeschrieben sind, zu beachten. Arbeitsblätter W551 Technische Maßnahmen zur Verminderung des legionellen Wachstums und W553 Bemessung von Zirkulationssystemen in zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen, sowie die VDI-Vorschrift 6023 Hygiene in Trinkwasserinstallationen. Zulässige Stoffe und Verfahren zur Abwehr sind in einer aktualisierten Liste des Umweltbundesamtes nach F-Trinkwasserverordnung 2001 beschrieben. Thermische Desinfektion dazu sind alle Zabfstellen für drei Minuten mit heißem Wasser von 70 Grad Celsius zu betreiben. Chemische Desinfektion Meist wird mit Chlor, Chlordioxid oder Natrium- und Calcium-Hypochloridlösungen desinfiziert. Wegen des hohen Aufwandes seltener wird Ozon in der Trinkwasserhygiene genutzt. Dabei ist die Dosierung von Chlorgaslösungen oder der Zusatz von Natrium- und Calcium-Hypochloridlösungen erlaubt. Zudem kann Chlor vor Ort elektrolytisch hergestellt und dosiert werden oder es wird vor Ort eine Chlordioxidlösung hergestellt und zugesetzt. Ozon- und Ozonlösungen sind ebenfalls vor Ort zu erzeugen und in geeigneter Menge zuzusetzen. Nach sechs der Trinkwasserverordnung darf nur die minimale Menge an Desinfektionsmittel zugesetzt werden. Die Kaltentkeimung wird zur Desinfektion von manchen Getränken verwendet. UV-Desinfektion durch Bestrahlen mit UV-C bei 254 Nanometer werden Bakterien inaktiviert, allerdings können Legionellen in Amöben überleben. Zur Verbesserung der Wirkung kann zusätzlich Ultraschall genutzt werden. Membrantechnik Zunehmend werden auch Membranen zur Entfernung von Mikroorganismen benutzt. Mit Mikro- und Ultrafiltration lassen sich bei einer Porengröße von kleiner als 0,2 Mikrometer auch Bakterien, teilweise sogar Viren, ausfiltern. Ultrafiltrationsanlagen mit einer Trenngrenze von 0,02 Mikrometer sowie einer integrierten, täglichen Prüfung der Membran auf Defekte sind in den Vereinigten Staaten von Amerika als Desinfektionsverfahren im Trinkwasser zugelassen. Für solche Anlagen wird in den USA der Nachweis für vollständige Entfernung von Bakterien, Viren und Parasiten gefordert. Der tägliche, durchzuführende Test muss in der Lage sein, langfristig vollständige Entfernung von Bakterien und Parasiten zu gewährleisten. Rechtliche Klassifizierung in Deutschland Die Herstellung und Verwendung von Desinfektionsmitteln werden durch Gesetze geregelt. Die Produkteinstufung ist aber relativ komplex, denn sie richtet sich immer nach der spezifischen Anwendung, teilweise aber auch nach den Inhaltsstoffen. Ethanol beispielsweise kann in jede Produktkategorie fallen, je nach spezieller Desinfektionsanwendung. Arzneimittel Rechtdefinition Humanarzneimittel Desinfektionsmittel sind Humanarzneimittel, wenn sie am Menschen angewendet werden zur Vorbeugung oder Behandlung von Infektionserkrankungen. Beispielsweise Ethanol zur Desinfektion bei einer Blutentnahme Definition Tierarzneimittel Desinfektionsmittel sind Tierarzneimittel, wenn sie am Tier angewendet werden zur Vorbeugung oder Behandlung von Infektionserkrankungen oder wenn sie angewendet werden, um Geräte antiseptisch zu machen. Bevor diese Geräte mit dem Tier in Kontakt kommen oder den tierärztlichen Behandlungsbereich antiseptisch zu machen, beispielsweise Ethanol zur Desinfektion einer Wunde Medizinprodukterrecht Desinfektionsmittel sind Medizinprodukte, wenn sie angewendet werden, um Medizinprodukte oder den humanärztlichen Behandlungsbereich antiseptisch zu machen. Beispielsweise Ethanol zur Desinfektion eines Katheters Chemikalienrecht Desinfektionsmittel sind Biozide, wenn sie zur Flächendesinfektion oder am Menschen oder im Schwimmbad eingesetzt werden sollen, um eine unspezifische Weitergabe von Infektionsgeimen zu kontrollieren. Beispielsweise Alkohol zur Desinfektion des Arbeitsbereiches Lebensmittelrecht Nur sehr wenige Desinfektionsmittel sind zugelassen zur Desinfektion von Lebensmitteln oder Trinkwasser. Eine größere Gruppe von Desinfektionsmitteln darf jedoch zur Desinfektion von Geräten zur Lebensmittelherstellung verwendet werden. Andere dürfen nicht in Kontakt mit Lebensmitteln treten, durch deren Kontakt würde das Lebensmittel seine Genusstauglichkeit verlieren. Beispielsweise Ethanol zur Desinfektion einer Produktionsanlage Die VDI 6022 enthält die anerkannten Regeln der Technik für Raumluft- und Klimatechnik. Das sieht gut aus.